ein neuer tag ein neuer booster folge 946 hallo und herzlich willkommen schön dass ihr wieder da seid dass ihr wieder her gefunden habt so los geht es heute mit little sister trope kuhai izumi dann mad expression megumi training camp with everyone utah exposing her embarrassment megumi delightful surprise michiro ist das jetzt hier füße ja tatsächlich staune immer wieder wie hier in die ungeöffneten booster packung so füße ich in renn kommen first autograph event utaha die erste ankommen karte heute hier dann utako kasumis editor sonoko eine rare karte faint presence megumi ja auch wieder sehr schwach hier also ich hoffe ich habe noch ein set hier zu liegen ich weiß noch nicht wann wir das öffnen aber ich hoffe dass da der holo effekt ein bisschen krasser ein bisschen besser ist und wir haben eine climax rare heute sogar hier separate route after eight years sehr schön ja bedanke ich mich bei euch wieder fürs zuschauen und wenn ihr wollt dann sehen wir uns dann sehen wir uns Bis zum nächsten Mal.